Was ist die Erklärung des Klimaforscher? Als ich kürzlich einen Kommentar vom bekannten Klimaforscher Reto Knutti retweetet habe, hat sich ein User eingeschaltet und gesagt, die Theorie des Treibuseffekts sei Quatsch. Weil unter Wolken sei es kalt. Diese Erklärung ist wissenschaftlich zwar nicht ganz falsch, aber eben auch nicht vollständig. Das weiss jedes Kind, das schon mal eine Frostnacht erlebt hat. Weil unter den Wolken ist es in der Nacht wärmer und Frostnächte sind sternenklar. Weil ich immer möglichst sachlich versuche zu argumentieren, habe ich den User darauf hingewiesen, dass seine Behauptung mit der Physik nicht übereinstimmt. Und damit bin ich in die Teufelsküche geraten. Er behauptet, er sei sehr ein guter Physiker und hat ein Argument gebracht, das wieder nachweislich falsch war. Auch darauf habe ich ihn hingewiesen. Er hat wieder ein neues Argument gebracht, worauf ich ihm geschrieben habe, eigentlich würde ich gerne mit ihm diskutieren. Aber sachlich. Und das hat mir jetzt definitiv in die Kampfstimmung gebracht. Er hat gesagt, ich könne Öpfel nicht von Orangen unterscheiden und überhaupt sei mein Durchgrinsen am Fernsehen unerträglich. Okay, ich kann nicht allen Menschen sympathisch sein, aber seit meiner letzten Moderation am Schweizer Fernsehen ist es über 20 Jahre her. Dann hat der Mann auf weitere Tweets von sich hingewiesen, in denen er gegen Klimaverschwörung angekämpft. Er hat auf Tweets hingewiesen, wo er behauptet, die Anschläge auf das World Trade Center in New York 9-11 sei eine Inszenierung gewesen. Und er hat behauptet, dass die Berichterstattung über Terrorattacken auf den Pariser Club Charlie Hebdo ein Fake gewesen sei. Ich habe geschrieben, es denke mir leid, dass er auf mein Angebot eine sachliche Diskussion zu führen nicht eingegang, weil ich würde ihn wirklich gerne verstehen. Aber jetzt hat mein virtuelle Gegenüber erst sein wahre Gesicht gezeigt. Er hat geantwortet, danke für Ihr nettes Gaslighting samt intellektuellem Höhemflügen, aber für Ausbünd an Intelligenz, Empathie, Tugend, Respekt und Anstand wie mich, Heger sein spezielles Arsenal an Weapons of Astro-Turfing Destruction. Und dabei war eine Bildung mit einer Auswahl von Buchtiteln, unter anderem die Weisheit der Psychopathen, was wir von Spionen, Heiligen und Serienkellern lernen können. Jetzt kapiere ich, der Mann fühlt sich nicht als Aussenstehender, sondern er fühlt sich umgeh' von Psychopathen wie mir. Er ist im Krieg und mit ihm zusammen eine ganze Community, die glaubt, dass irgendwo irgendwelche Mächte sitzen, die alles steuern und bestimmen. Der Mann tut mir leid. Ich stelle ihn mir vor als einsamen, isolierten Nerd irgendwo. Aber ich liege völlig falsch. Eine kleine Internetrecherche ergibt, er ist ein Arzt mit eigener Praxis in Wettigen. Und ich begreife, es sind intelligente und integrierte Menschen in unserer Gesellschaft, die im offenen Krieg mit dieser Gesellschaft stehen. Und das macht mir jetzt wirklich Angst. ARD Text im Auftrag von Funk